Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen, mein Name ist Captain Bam, dies ist das Spiele-Magazin und dies ist eine neue Ausgabe von kostenlose Spiele. Ja, keine Ahnung, wie man das auf Cuba sagen würde, aber das hier auf jeden Fall ist Tropico 5, denn genau dieses Spiel gibt es jetzt gerade für Ume. Ja genau, bei Epic Games geht die Weihnachtsaktion nämlich weiter und dementsprechend gibt es heute dieses Spiel und in den nächsten Tagen geht es immer so weiter. Dementsprechend empfehle ich euch, mir ein kleines Abo dazulassen, wenn euch dieses Video gefällt, denn dann werde ich euch daran erinnern, was es in den nächsten Tagen so alles kostenloses gibt. Und falls es darüber hinaus noch mehr kostenlose Spiele gibt, dann natürlich sowieso, dann mache ich auch da eine extra Folge dazu und halte euch auf dem Laufenden. Lasst mir also gerne ein Abo da, wenn es euch gefällt. Lasst mir auch gerne einen Kommentar da, schreibt mir, wie ihr dieses Spiel fandet, ob es euch holen werdet, ob es schon gezockt hat, ob es schon kennt. Würde mich alles wahnsinnig interessieren, Leute. Dementsprechend kann ich an dieser Stelle nur noch eines sagen. Ich bin Captain Bam, ihr seid die Besten, ich wünsche euch viel Spaß mit Tropico 5. Bis zum nächsten Mal.